Moin Morten, hallo Hans! Wer kann denn von euch böser gucken? Und wer von euch ist schöner? Wer würde sich eher über eine Geburtstagsüberraschungsparty freuen? Wer von euch kann besser verlieren? Wer würde eher einen Guinness World Record für etwas sehr sehr Dummes aufstellen? Ich bedanke mich bei euch. 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 Ich bedanke mich bei euch.